Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Äh, mh, oh, mh, äh, mh, hier und so, mh, nein. Wir machen heute eine Agnity Beauty Challenge, wollte ich sagen, mit schon wieder einem Sim von Lopsy. Ähm, Entschuldigung, irgendwie. Der halbe Hashtag versteht aber auch wirklich nur aus Lopsy. Deswegen ist das in Ordnung. Das ist noch ein Sim von ganz am Anfang. Und, ähm, ja, ich, ähm, hab's jetzt nicht mehr geschafft zeitlich ein großes Projekt aufzunehmen. Dafür verspreche ich euch, dass kommende Woche sowohl die 100 BB Challenge als auch die Lucky Legacy Challenge kommt. Damit bald es mal wieder auf einem aktuellen Stand ist. Und, ja, ich hoffe ihr freut euch. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier ganz chillo-millo. Wir ziehen ja erstmal dieses komische Kostüm aus. Erstmal, ähm, ja. Und das sieht doch gar nicht sooo schlimm aus, okay? Ähm, ja, hm, vielleicht doch. Hm, 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 hm. Ich weiß doch nicht. Also ich versuche erstmal so make no mistake mäßig das Ganze hier so zu regeln im Leben. Ähm, das ist, äh, we love it. Habe ich schon gefühlt die Hälfte geregelt. Wow. So easy. Ja, manchmal ist es ein bisschen extrem, was hier so abgeht, ne? Wir müssen mal kurz in die Detailbearbeitung. Okay, ich werde einfach öfter halt irgendwas benutzen, weil ich möchte hier ganz chillo-millo am Start sein. Die Sommersprossen kann sie ja ruhig behalten, weil das ist süß. Actually finde ich das hier schon ganz schön süß. Irgendwie. Es ist halt mal... Ich finde halt an IQ2 Beauty Challenges ist es halt so schön, weil du erstellst halt Sims, die normalerweise überhaupt... Also die dann am Ende gar nicht aussehen wie das, was du sonst erstellst. Und das ist halt so, 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 so cool, weil ich würde wahrscheinlich kein Sim mit so einer Nase erstellen. Aber es ist halt trotzdem schön und das ist so anders und das ist halt voll cool. Ja, und jetzt werden wir mal gucken, wer wir denn die ein bisschen kleiner machen, I guess. Die kann ja ruhig große Boobies haben, aber das ist schon ein bisschen sehr übertrieben, würde ich jetzt einfach mal so... Man muss ja hier nicht übertreiben, ne? Im Bauch ziehen wir ein bisschen rein, aber wir geben ein bisschen Belly, weil... Diversität und so. Weil sonst, ich ziehe halt richtig oft einfach so, aber das ist halt voll unrealistisch eigentlich, deswegen... Nein, ich akzeptiere das heute nicht. Wir geben ihr ein Belly. Das sieht doch cool aus. Aber sie ist halt hier unten auch ganz skinny, deswegen... So skinny sieht sie dafür aber gar nicht aus. Das zeugt hier dieses Remove Eyelashes und geben ihr richtige Eyelashes. Well! Well, ohne könnte ich nicht lieben in meinem Leben. Hm. Finde süß. Finde süß. Not gonna lüge. Das geben ihr coole Haare. Und dann habe ich mir gedacht, so ein kleiner Twist, wenn wir... Also ich werde quasi einmal random irgendein Oberteil oder so aussuchen und an dem muss ich dann halt das komplette Outfit anpassen. Das wäre doch mal Idee, oder? Also ich darf natürlich den Swatch und so wechseln, aber... Ja, ich dachte, das wäre dann halt auch mal ein bisschen was anderes. Also ich finde, kurze Haare stehen hier nicht so gut, aber so ein bisschen längere Haare finde ich schon stylisch. Weil, also so eine Frisur geht gar nicht, finde ich. Also sie sollte schon so ein bisschen voluminösere Haare haben, weil sonst sieht das irgendwie voll komisch aus. Weil zum Beispiel das hier sieht hier viel besser aus als das. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Also, ich meine, jeder hat ja eine andere Wahrnehmung, aber... Ja, also das gefällt mir zum Beispiel nicht so gut wie... Keine Ahnung. Was halt nur ein bisschen mehr Volumen drin ist. Ich will halt auch nichts haben, wo ihr Gesicht zu sehr verdeckt ist, weil ich finde... Sie hat ein schönes Gesicht, die kann das auf jeden Fall zeigen. Oh, das finde ich richtig süß. Oh, me like! Yes! Das ist die Frisur, nach der ich gesucht habe. Die ganze Zeit bin ich so... Hm, das sieht schön aus, aber irgendwie ist es nicht so... Genau das, was ich brauche in meinem Leben. Die machen wir dann vielleicht nochmal ein bisschen heller. Vielleicht so... Yes! Queen! Okay, dann werde ich jetzt irgendwie random hier was aussuchen. Ich werde den hier machen und dann einfach stoppen und dann halt irgendwas einklicken. I don't know. Hm... Und das... Oh! Das hier habe ich genommen. Das ist ziemlich cool. Ich habe die Arme gar nicht verändert, ne? Kann das sein? Ja. Sieht so aus. Weil das war irgendwie gerade so komisch aus. Moment. So. Ähm... Das ist ziemlich cool. Es ist süß auf jeden Fall. Ja, und ich finde, es ist durch diese Streifen und so irgendwie auch jetzt nicht so basic. Deswegen me like. Hm. Hm. Und ich meine, es ist... Es ist... Ähm... Auf jeden Fall cool von ihr, dass sie halt dann nicht so insecure ist. Weil das ist ja bauchfrei und sie hat einen Belly. Und viele sind dann ja trotzdem sehr insecure. Und sie ist es halt dann einfach nicht. Sie ist dann einfach ein selbstbewusster Sim. Ist doch cool. We... We love the selbstbewusster... Oh! Ist doch süß. Aber es passt leider nicht. Aber... Ja. Wir finden hier was anderes cooles. Wir wollen ihr Selbstbewusstsein zum Vorstellen bringen. Irgendwie finde ich das hier richtig süß. Als Kombi. I mean... I don't know. Sie sieht irgendwie nach so einem Cutie-Girl aus. Und I see... Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Sehr an ihr. Solche Schuhe würde ich ihr dazu anziehen. To be honest. Finde ich cool. Me like. Me like. Und... Ich dachte... Vielleicht gebe ich ihr... Noch eine Brille oder so. Weil ich gebe meinen Sims halt voll selten eine Brille. Und keine Ahnung. Ich finde... Sie ist sehr süß. Vielleicht passt ihr ja irgendwas sehr sehr gut. Okay. Ich finde das... Richtig süß irgendwie. Ich finde sie sieht so cute aus. Awww. Me like. Sie sieht keiner unschuldig aus. Und das... Das gefällt mir voll. Weil sonst bin ich so... Hau drauf meistens mit meinen weiblichen Sims. Und das ist halt so... Süß einfach mal. Einfach nur süß. Und ich möchte ihr bitte neue... Dings geben. Sie möchte bestimmt ihren Sehenverwandten finden. Und sie ist auf jeden Fall selbstbewusst. Hier selbstsicher. Ja. Und sie ist... Hm... Was könnt ihr denn noch mögen? Sie könnte ja vielleicht... Ein bisschen kindisch sein. I mean... Würde ich bei ihr tatsächlich sehen. Und ich... Würde mir vorstellen, dass sie eher so die Einzelngängerin ist. Was halt so... Auch fein ist. Aber... Ja. I don't know. Finde süß. Mir gefällt's. Und... Ja. Ich finde es ist ein guter Sprung. Zu dem was es vorher war. Me like. Ich hoffe sie gefällt euch auch. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und... Wie gesagt. Die kommende Woche wird dann sehr spannend mit meinen Projekten gefüllt werden. Und ich hoffe wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und... Tschüssi! Hehehehe!